Willkommen zurück zu Toboprop Flight Simulator. Weiter geht's mit den Missionen. Und wir haben auch nicht mehr so viele Missionen vor uns. Die untere Reihe ist nicht möglich, also die werden erst in einem zukünftigen Update hinzugefügt. Ansonsten haben wir hier noch drei freigeschaltete Mission. Und da oben noch fünf Missionen, die wir noch nicht freigeschaltet haben. Und als allererstes haben wir hier wieder Flaggen. Das ist jetzt so ziemlich üblich geworden, sag ich mal. Es sind eine ganze Menge Flaggen hier. Dann haben wir ein Problem mit dem Fahrwerk. Es kommt nicht raus. Und wir müssen eine Bauchlandung machen. Und dann haben wir noch eine Lieferung und zwar Flügel. Es sind drei, ich würde mal sagen, recht schöne Missionen. Ich kann mir vorstellen, dass die erste recht schwierig wird, weil die Städte ja nicht sehr groß sind. Versuchen es einfach trotzdem mal. Und starten. Musik 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 So, wie ihr sehen konntet hat das viel besser geklappt. Ich habe das geschafft. Nicht in drei Minuten, auch nicht in drei Minuten 20. Ich habe einfach das doppelte gebraucht. Aber gut, wir haben es zumindest geschafft. Und dann gehen wir einfach zum nächsten Level. Und zwar müssen wir landen ohne Fahrwerk. Ich verstehe das nicht ganz, warum es nicht so gut klappt jetzt. Und ich verstehe auch nicht. Und ich verstehe auch nicht, warum wir mit beinahe Höchstgeschwindigkeit starten. Einfach 400. Mehr will ich nicht. Ich werde auch nicht zu schnell fliegen. Sonst krachen wir überall gegen. So. Einfach auf den Knopf einhämmern, dass er anfängt zu reagieren. Einfach auf den Knopf einhämmern, dass er anfängt. Einmal so. Und... Komm schon. Einmal so. Ach komm. So. So. Und... Ich will nicht die Kamera verschieben. So, und jetzt müssen wir hoch. Okay. Okay. Ganz ruhig. Wir haben es jetzt einigermaßen hingekriegt. So weit waren wir bisher noch nicht. Warum müssen wir so tief fliegen? Ich meine, das ist ja fast schon im Boden drinnen. Aber gut. Machen wir weiter. Immer wieder mal bremsen. Immer mal wieder bremsen. Nicht vergessen. So. Und wann... Warum müssen wir hier eigentlich durchfliegen? Warum können wir nicht einfach ohne Fahrwerk landen? Ach, keine Ahnung. Aber gut, dann fliegen wir hier halt durch. Und wieder bremsen. Und hier müssen wir ganz, 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 ganz scharfe Kurven machen. So. Und drehen wir. Okay. Und jetzt funktioniert das Triebwerk nicht mehr. Äh, ich meine, das Fahrwerk. Ja. Okay. Also, die funktionieren einfach nicht mehr. Äh, ja, hier. Ja. Funktioniert nicht. So. Automatische Bremsen. Damit ich schön sanft landen kann. Okay. Und jetzt sollen wir landen. Am besten Schub ganz raus. Und schön langsam werden. Schön langsam. Ganz ruhig. Okay. Wir sind gelandet. Und Schub im... äh, rückwärts. Schub. Okay. Geschafft. Puh. Das war anstrengend. 3 Minuten 33. Wir hätten es in 2 Minuten 5 geschafft. Ja. Äh, mache ich mir jetzt nicht nochmal die Mühe. Flügel. Und jetzt müssen wir hier noch Flügel liefern. fahren. Also, 10 Minuten Mission. Kriegen wir hin. Und, äh, okay. Wir sollen also fahren mit diesem Fahrzeug hier. und dann da ins Flugzeug rein. So. Sollen wir vorwärts rein oder sollen wir rückwärts rein? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich glaube, ich fahre mal rückwärts rein. So. Noch ein Stück vorwärts. Und jetzt rückwärts gang. So. Einmal rückwärts. Oh. Wir sind da sehr schief. Aber das sollten wir hinkriegen. Ja. Und noch ein Stück. Noch ein Stück rückwärts. Komm schon. Dankeschön. So. Bremsen. Und dann steigen wir aus. Dann gehen wir hier raus. Machen wir die Rampe zu. Dann steigen wir vorne ein. Öffnen bitte. Dankeschön. Und beim ersten Versuch. Sehr schön. So. Dann müssen wir einmal hier nochmal kalibrieren. So. Automatisch bremsen. Und dann müssen wir hier nach links. So. Wir müssen eigentlich sogar in die andere Richtung. Aber gut. Was kann man machen? Dann geben wir mal Gas. Und dann warten wir kurz. So. Anfang zu drehen. Und abheben. So. Wir müssen eigentlich in die andere Richtung. Das heißt, ich werde jetzt hier mal ein waghalsiges Manöver machen. und dabei fast gegen den Felsenkrachen. Und jetzt müssen wir nochmal nach da. Und dazu würde ich auch gerne noch ein bisschen steigen. Und jetzt muss ich immer gerne noch ein bisschen steigen. Und dann steigen. Und dann steigen. Und dann steigen. Ich glaube, wir landen sogar vor dem Rollfeld. Okay, doch nicht. So, gelandet und bremsen bitte. Oh. So, Schub, 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 Brems, okay. Und jetzt fahren wir hier einfach rüber, über das Gras, bisschen mehr Schub, damit wir vorwärts kommen und dann wieder Schub weg und was haben wir da, einen Anhänger mit Flügeln halt. So, einmal hier noch, bisschen Schub, einmal so drehen und einmal so drehen und bremsen. Okay, dann machen wir hier mal die Cargotür auf und, ja, lassen wir so. Dann gehen wir hier rein. Und dann gehen wir da rein. Moment, fahren. So. Äh, warum ist das Fahrzeug plötzlich rückwärts drin, ne? Ich will mir, achso, ne, doch nicht. So. Vorwärts. Ich hab auf die, äh, ich hab die falsche Seite gesehen. Ja. Okay, ich hab's eigentlich als Rampe gemacht. Glaube ich zumindest. Dann mach ich's nochmal als Rampe. So, Rampe. Rampe will nicht. Warum auch immer. Äh, jetzt bin ich unterm Auto. Aber gut, dann fahren wir hier lang. Okay, das ist ein Anhänger. Also müssen wir uns einmal drehen. Okay. 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 Und dann können wir jetzt wieder vorwärts fahren. Und aus dem Weg gehen. Ich glaub das reicht. Dann gehen wir wieder in die erste Person. Und dann laufen wir zum Flugzeug. Und einmal unter dem Auto durch. Äh, machen wir das mal zur Rampe. Dann können wir hier einsteigen. So, dankeschön. Dann können wir die Rampe auch wieder weg machen. Dann kommen wir hier auch durch. Sehr schön. Und dann wieder hier zurück. Einmal nochmal kalibrieren. Und wohin sollen wir jetzt? Nach da sollen wir. Okay, dann fahren wir hier einfach nach links. Dann sollte das Ganze klappen. So, hier noch ein Stück nach links. Und dann biegen wir hier auch nochmal links ab. Komm schon. Brems und dreh dich bitte. Sehr schön. Hätten auch früher schon abbiegen können. Aber das habe ich nicht gesehen. So, die Leitwerke funktionieren alle. Wenn ich so rumdrehe, hoch und runter. Links und rechts. Also ist alles in Ordnung. Und dann können wir hier auch einmal wieder drehen. Ein letztes Mal abheben. So, wir drehen uns. Drehen, drehen, drehen. Und jetzt haben wir hier eine Beschreibung, wo wir hin müssen. Dann folgen wir dem ganzen Mal. Und drehen uns. Und dann heben wir auch ab. Und da sind wir im Lande an Fluss. Auf diesem Flughafen, der hier irgendwo mitten im Meer herum steht. So. Okay, das war eine sehr langsame Landung. Und jetzt müssen wir bremsen. Dann müssen wir den ganzen Weg wieder zurückfahren. So. Einfach quer über den Rasen. Einmal drehen. Und jetzt müssen wir bis dahinten hin wieder fahren. Manchmal Taxi aus. Und Geschwindigkeit hoch. Und sobald wir näher kommen, mache ich wieder auf automatische Bremsen. Und jetzt müssen wir das auch noch entladen. Sehr schön. Und bremsen. Und bremsen. Okay, das haben wir geschafft. Machen wir hier auf flach. Steigen aus. Und jetzt muss ich hier irgendwie vorbeikommen. Und dann gehen wir mal nach da. So. Fahren. Und dann. Huch. Ich wollte nicht aufsteigen. Fahren. So. Halt still. Und noch ein Stück. Jetzt. Dann machen wir den Vorwärtsgang rein. Fahren so nah wie möglich ran. Dann müssen wir einmal drehen. Einmal drehen. So. Oh. Und dann sehen die automatischen Bremsen aus. Und jetzt müssen wir einmal so machen. Einmal so. Und das hat nicht so gut geklappt. Muss ich noch ein Stück so fahren. Und. Komm schon. Ein Stück so. Glaub ich. Sollte klappen. Okay. Rückwärtsgang. Und dann einmal so. Und noch ein Stück. Noch nicht ganz. Moment. So. Wir müssen noch ein Stück vorwärts fahren. So. Und. Ich würde sagen noch ein Stück. Genau. Und jetzt. Auch noch nicht ganz. Moment. So. So. Jetzt. 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 1, 2, 2, 2, 1. 1, 2, 1. Dann. Okay, so, hu, geschafft, und wow, das war's, haben wir es geschafft, und jetzt blinkt hier diese eine Mission, die noch gar nicht verfügbar ist, und hier haben wir eine andere Mission, die hatten wir, glaube ich, auch schon mal, so eine ähnliche zumindest, ich weiß aber nicht mehr wo, ach, hier, genau, das war praktisch dasselbe, das machen wir aber dann in der nächsten Folge, also, ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like, da ein Abo, um nichts mehr zu verpassen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, tschüss!